Musik Eisbärenstarke Grüße und herzlich Willkommen zu einem kleinen Rocket League Video und wenn es auch so wirkt, nein, das ist kein Gameplay und ich labere einfach rüber, nein, ich versuche wirklich aller Let's Play Art zu spielen und gleichzeitig aufzunehmen, während ich versuche mein Kabel um die Cola Flasche herumzuziehen und unter der Milchstüte, die hier noch steht, und ja, steht alles auf meinem Kabel von meinem Controller rum, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, aber willkommen zu diesem Informations Video, ich habe sowas schon öfters gemacht, aber da ich jetzt auch die Leitung dafür habe, kann ich sowas auch jetzt wirklich nochmal ausprobieren, denn dieser Kanal und der andere, auf dem dieses Video ebenfalls auftaucht, Entschuldigung für die kleinen Lags am Anfang, denn das Spiel muss ich erstmal einpegeln, bis wegen Aufnahme und so und dann können wir auch schon loslegen, so, also, denn dieses Video wird auf zwei Kanälen hochgeladen, während meine Mitspieler hier rumlecken, auf meinem Juggador Rompielos und auf einem anderen, den ihr in der Videobeschreibung findet, denn mein Juggador Rompielos, so heißt nämlich auch mein Twitch-Kanal, wie pfiffige Leute von euch sicher schon mal bemerkt haben, die meine Streams verfolgen, könnt ihr ja dann mal ein Follow da lassen, ein sehr schöner Fall rückt sie an dieser Stelle, ähm, ja, der wird nämlich hauptsächlich jetzt nur noch für, äh, Streams, Stream-Zusammenschnitte, also, mein Juggador Rompielos wird mit meinem Stream-Account sozusagen so verbunden, dass nur noch Sachen für Streams auf diesem Kanal passieren, die alten Sachen bleiben bestehen, natürlich, man könnte den alten Scheiß, äh, nochmal angucken, der da so herumfleucht in den alten Videos, viele davon sind auch noch unterhaltend, kann man ja nochmal vorbeischauen, wenn viele das noch nicht, äh, gemacht haben. Was machen die? Und, ähm, ja, hauptsächlich werden da so Stream-Zusammenschnitte, Stream-Informationen, ähm, Meinungs-Meinungs-Videos habe ich schon, aber, ne, ihr wisst, äh, alles, was irgendwie ansatzweise mit meinem Stream zu tun hat, wird dort nun, äh, veröffentlicht, äh, Stream-Ankündigungen, ähm, hauptsächlich dann auch, die werden dann aber, wenn der Stream vorbei ist, wieder gelöscht, die bleiben also nicht bestehen, warum sollte man die sich im Nachhinein auch angucken, wenn man weiß, so, gestern wurde gestreamt, cool, außer, äh, mit der Info, hey, gestern wurde gestreamt, aber wenn man followt, sieht man das eh in seiner E-Mail, also, so gesehen, ja, und, ähm, mit dem zweiten Account, wo, äh, dieses Video auch, äh, sein wird, da werde ich mich hauptsächlich, äh, nochmal neu um, äh, das Genre, äh, Let's Plays kümmern, äh, was heißt das, da kommen dann auch eventuell kleinere, warum haut er den Ball weg, kleinere Zusammenschnitte, äh, von Spielen, wie beispielsweise, wenn ich jetzt eine Session Rocketdick aufnehme, also, da muss ich erst mal noch schauen, ich hatte zwar jetzt eine Session mit einem, äh, Kumpel aufgenommen, äh, da ich allerdings ein bisschen, äh, die Audio-Einstellung verkackt habe, was bedeutet, dass ich mein Mikro nicht aufgenommen gehabt habe, waren diese 50 Minuten für den Arsch, obwohl es lustige 50 Minuten waren, 50, äh, die waren auch für den Arsch, aber halt witzig für den Arsch, ähm, und, ja, äh, da hätte ich gerne geschaut, aber das werde ich sicher nochmal irgendwie demnächst dann schauen können, geplant ist zweimal die Woche ein Video, also, ich will, ich will nix planen, äh, bisher alles in meiner Karriere, wenn ihr, shit, äh, wenn ihr so wollt, was, wenn ich was geplant habe, dann hat nie was funktioniert, oh, ich fliege, wenn, wenn ich sage, ich plane jeden Morgen, jeden Freitag ein Hearthstone-Karten-Chaos-Video zu machen, ja, ich, ich hab, es ist Sonntag, ich hab mir noch keins aufgenommen, ähm, ich plane einfach nicht, oh, der war schön, ich plane einfach nicht und, äh, genauso wird es auch aussehen, äh, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach da dort Spaß, das ist, das ist klar und, ähm, genauso soll der Kanal auch einfach, fortgesetzt werden, ich will nicht von Anfang an sagen, ich mach dann und dann Videos, auch wenn ich das jedes Mal versuche, weil, ich, äh, find das irgendwie immer, ne gewisse, also, bei gewissen Sachen, also, zum Beispiel Karten-Chaos, jeden Freitag, hey, aber, ich bin ein Typ, der kriegt das nun mal nicht regelmäßig hin, durch, äh, Laune, durch, äh, ja, durch meine Arbeit, die, wo ich, äh, zweimal die Woche arbeite, ich weiß, das ist im Vorhinein, aber trotzdem, das ist so ein bisschen dann, ich hab keinen festen Aufnahmetermin, und, ähm, haha, ja, haha, äh, hat, hat auch eigentlich überwiegend was mit meiner Psychie zu tun, weil ich dann irgendwelche Sachen mache und, ähm, nee, so denke, 21 Uhr, okay, jetzt nehm ich eh nicht mehr auf, blöd, und der nächste Tag verläuft eh wieder so dümpelhaft und dann, boah, nja, ne, ihr, 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 ihr wisst, äh, denke ich mal, was ich meine und ich bin jetzt noch, ich bin ja bei weitem nicht in dem Segment, wo ich sage, hey, ich verdiene dadurch meinen Lebensunterhalt, es wäre übelst awesome irgendwann, aber, a, müsste ich dafür noch, äh, bisschen was, äh, lernen, und, äh, b, äh, müsste ich erstmal die Chance bekommen, mich einer Zuschauerschaft zu stellen, äh, und hab den Faden verloren, was ein großes Problem bei mir ist, ich verliere, wenn ich, äh, viel rede, ohne, ohne jetzt irgendwie Script, ohne, Punkte, ich, äh, verliere einfach mega schnell den Überblick von dem, was ich, äh, gesprochen habe, aber, ähm, ja, Zuschauerschaft stellen und so, ne, wisst ihr Bescheid, hoppala, ha, 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 und ja, genau so wird's, äh, ablaufen, da werden Let's Plays kommen, auch Zusammenschnitte und auf Juggerdron Pierlos wird überwiegend das kommen, was mit meinem Stream zu tun hat, was sind denn das eigentlich, ich heiße Randoms, hab ich das schon mal erwähnt? Ich mag, ich mag mit Leuten spielen, die ich kenne, da macht Spaß, aber mit Randoms ist das total ekelhaft, deswegen wird nie alleine Rocket League kommen, nie, naja, mal schauen, aber haupt, eigentlich hauptsächlich nie, haha, vielleicht mal, ne, ne, nicht, ne, das ist jetzt eine Ausnahme, weil, äh, ich, äh, so viel, so viel, so viel, so viel rede, und wenn dann noch jemand dabei ist, der einfach nur Scheiße dazwischen labert, ja, ich weiß genau, äh, ich weiß genau, wen ich anspreche, ähm, ja, das, äh, klappt dann nicht so gut, schade, wenn ihr wisst, was ich meine, so, die Nachspielzeit machen wir jetzt nochmal zu Ende und dann, äh, war's das dann auch schon? Ja, nur ein Spiel, weil, äh, warum sollte ich jetzt noch ein zweites dranhängen, wenn ich die wichtige Info eh schon rausgehauen habe, wie's abläuft, und, ja, ich werd mich, ich werd mich gleich an das erste Projekt setzen, weil ich habe Bock aufzunehmen, ich habe Bock, uh, uh, ich habe Bock aufzunehmen, ich habe Bock zu reden, ich habe, ich habe vor allem, äh, Bock auf, äh, Story, auf Spiele mit Story, also jetzt kein Bioshock oder so, aber RPG Maker, RPG Maker sind awesome, und ich setze mich gleich an ein RPG Maker Spiel, äh, was mich wahrscheinlich, äh, 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 ja, was mich wahrscheinlich sehr stark interessieren wird, was ich auch schon mal, äh, angefangen hatte, was ich dann allerdings nie wirklich, äh, vollbracht habe, an einer Stelle habe ich dann irgendwie nicht mehr aufgenommen, und, ja, ähm, es demutimiert, wie ich sage, ich bring dann und dann Videos regelmäßig, bla bla bla, und dann mach ich's doch nicht, und dann, äh, hör ich irgendwann damit auf, weil ich mich einfach so stark damit unter Druck setze, dass ich einfach komplett keinen Bock mehr auf den Scheiß habe, und das möchte ich nicht, und das wette ich auch nicht mehr, und, äh, so wird's, äh, aussehen, wow, ich bin gut. Die Gegner aber auch. So, jetzt werd ich mich aber vollkommen aufs Spielgeschehen konzentrieren, wenn's geht, also noch ein bisschen so nebenher labern und so, aber, äh, die Infos sind raus. Ich werd's euch jetzt noch ein bisschen herumdörpeln, was das Reden angeht, weil ich möchte meine Zuschauerbindung nicht komplett verlieren, deswegen hat das, äh, deswegen ist das Video auch so kurz. Hallo, ich bin ein geldgeiler YouTuber und will unbedingt, äh, will unbedingt meine Zuschauerbindung erhalten, weil das ist total, äh, total OP und total geil, als YouTuber eine gute Zuschauerbindung zu haben, und bei dem Video werd ich's verdammt nochmal machen, weil alle die komplette Info hören wollen, und die komplette Info sich fast über das ganze Video streckt, weil ich einfach zwischendrin sehr stark den Faden verliere, und sich alle meine wundervollen Skills angucken möchten, die ich, äh, vor allem in diesem Video unter Beweis stelle. Vor allem sehr stark unter Beweis stelle. Und so wird das aussehen. Da wirst du Bescheid. Ich sollte mich übrigens, ich sollte mir angewöhnen, mich in Steam of Offerland zu stellen. Ja, das war gut! So, äh, gut gespielt, würd ich mal sagen. Und das war's dann auch, Leute, ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ja, gut, äh, wie einem irgendwas auch gefallen können. Ähm, schaut vorbei, Videobeschreibung ist, äh, Link. Und, äh, ja, das Video wird eh erst kommen, wenn ich was vollbracht habe an Aufnehmen und Hochladen, aber nur so wird das aussehen. Äh, unterstützt mich dabei, es würd mich freuen! Irgendeine Mathe, wieder einen neuen Kanal, das, das, das... Ich will's ausprobieren. W-was, was, 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 was später... Was, was ist dagegen, äh, das zu wollen? Aus-ausprobieren! Wenn's nicht klappt, ja, so klappt's halt nicht. Pfff! Gut, äh, ich wünsch' euch noch einen schönen Tag und in diesem Sinne wieder schon reingehauen und... ...in den Kommentaren könnt ihr mich fix und fertig machen. Gibt es mir hart und dreckig... Äh, jaaa... Untertitelung des ZDF, 2020